Hast du angefangen, Raderti? Ja, ein bisschen Hasen gekommen. Ja, mittlerweile schon. Ah, ja, ich sehe, ich sehe. Wann habe ich mein Debut in der Juventus gemacht? 1970. Wie viele Tore habe ich letztes Jahr geschossen? Wenn ich mich nicht so gut erinnere, 1-2, ich habe es geschafft. Schau mal. Bist du eigentlich Torwart geworden, weil du so ungern läufst? Ja, sicherlich. Denn in der Welt habe ich das schnell verstanden, dass jemand mit dem Kopf muss, und mit dem Kopf muss. Die anderen, in der Fall, müssen wir anfangen. Wenn ich nicht ein Torwartier war, welcher war dein Traum? Pilot. Was wärst du geworden? Professor von irgendwelchen materienern. Wer war dein Torwartier als Kind? Batman. Wer ist dein größter Held heute? Das heute ist nicht nur Obama. Aber... Lieblingsfarbe? Nero. Und du? Gelb. Würdest du 1-0 oder 4-3? 4-3. Und du? Das ist immer noch 1-0. Das ist ein Traum von einem Kind. Ich bin ein Torwartier mit 38 Vittorien und 1-0. Würdest du lieber die Schüsse auf die linke oder auf die rechte Seite? Und du? Ich hab ein paar lichter. Und du? Du bist so mit 37 Jahren? Das war's. Ich bin ein Torwartier. Und du? Ich bin ein Torwartier. Ich bin ein Torwartier. Ich bin ein Torwartier. Ich bin ein Torwartier. Und du bist dein Lieblingsschauspieler? Ich bin ein Torwartier. Ich bin ein Torwartier. Einer ist De Niro. Und der andere ist Al Pacino. Wenn du in deinem Leben einen Film gemacht hast, wer würde dich interpretieren? Ja. Denzel Washington. Du bist ein Torwartier. Und du? Wir haben ein Torwartier. Und du? Wir sind der beste Torwartier der ganzen Zeit. Wir beginnen mit dem zweiten. Wer ist der beste Torwartier der ganzen Zeit? Denn wir wissen alle anderen. Natürlich, du. Wer ist der beste Torwartier? Immobilien. Nein, scherz, du. Aber du? Du bist der beste Torwartier? Du? Du? Du bist der Bedeut? 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 Vielen Dank.